kellerasteln in der letzten folge haben wir spinnen geritten ja pflanzen gegossen ja man muss ja sagen pflanzen abgefüllt weil sie wollten irgendwie nicht so richtig musste den ihr wisst schon und dann haben wir eine rutschbahn nach unten gehoben sind jetzt gespannt was auf uns zu sind jetzt im prinzip unter dem garten maulwurf das das war's für heute bleibt so war das mal was ich also für mich dass er so aus wie ein schnabeltier aber könnte auch ein maulwurf gewesen sein ja und schnabelt hier wäre natürlich auch geil denn wir wissen ja maulwürfe machen merkt was wissen wir natürlich ja so dass eicheln oder tote tiere das sieht schon nicht lecker aus um durchzugehen die Was ist das, Cody? Sie sind so laut! Let's go! Es ist so klar, was gleich passieren wird. Maulwürfel sind der Feind. Musst du wieder pupsen? Oh, wir haben einen Lautmeter. Springen? Versuche, ihm im Gras zu landen. Ja, immerhin. Fürs Thumbgein hat sich das gelohnt. Entschuldigung. Relax! Ich weiß gar nicht, haben wir mal so krasse Zähne? Das kann gut sein, aber eigentlich sind die doch blind, oder? Ja. Eigentlich, ja. Ruhig. Oh, nicht durch die Schalen. Ah, ja. Nicht durch die Schalen. Oh, wie viele pennen denn hier? Wir müssen auch etwas leichter sein. Die hören auch das... Ja. Mikro. Uiuiuiuiuiuiui. Sssst. Wir sollten auch nicht gemeinsam springen. Ja. Ja. Hallo, Frau. Ähm. Darüber. was ist das für ein maulwurf also eins kann man uns nicht vorwerfen also für tiere haben wir ordentlich asyl geboten ja eichhörnchen westen eine hummel rose ja und die motto die einfach so im garten keine maulwürfe ich mache so du springst rein ja ich denke erst aus wie so ein hundenäpfchen ich wusste ich okay wollen wir es war ich stufenweise oder wollen wir voll drauf halten ich glaube ich bin zu schnell ich glaube ich bin ich glaube ich bin zu schnell aber lauf wie sollen wir das machen willst du laufen und ich passe mich die erste unter ihm durch ja ich habe mir an ich kann nicht viel schneller als ja 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 ist ja längst nicht natürlich an genießt der eklige hier oben als irgendwie eine blume und los und los das war fast so laut sehr angespannte stimmung und tschüss tschuldige die hier kann ja nichts passieren du bist muss tschüss ich bin ich bin der moose du bist kate moose echt jetzt alter der creepy garten zwerg da oben ach du scheiße ok 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 mal wenn ich ich hab's gecheckt ja du kannst bei mir landen sehr gut ach du scheiße wie viele sind das dass die alle schlagen so knüpfig aus nicht an die korona ja oh nein ordentlich wachen müssen wir wissen wir macht der bauchübung jetzt der macht ein paar sit-ups der will den wurm haben ich dachte schon der will die sommermode auspacken kannst du da alles alles machen ich war fast so kurz kurz gab und wieder die bei ich habe ein bisschen zu weit zurück das ist der rechte extreme am schade 3c definitiv war das ist so ein geiles spiel das könnte ich eigentlich auch mal wieder einfach mal so ja möglichst leise ja ich denke dass wir die trotzdem auch noch wache erleben dürfen schlafen die denn so viel ja soviel zu dem thema hey flitzen flitzen flitze was das zeugel und die steuerung Gott! Nee, komm schon! Und noch einer! Ja ne, ist klar! Ach du, hier links lang... Ohohohohoho! Recht! Das ist ja... Das erinnert mich an der Hobbit. Äh, mit den Spinnen, oder was war es da? Nee, wo sie in so einer Goblin-Höhle sind. Mich erinnert das an Crash Bandicoot. Rolled out, ja. Ja, von der Perspektive her, ja. Hinterher rollt, ja. Möglichst laut. Wieso haben wir das gemacht? Ohohoho, epic! Oh, der arme! Was im Hand of these Holes! Push it down! Ohohohoho! Ausgerechnet! Ohohohoh, Cody, komm schon! Wo ist das denn? da kommt sicher noch mal einer was ist das für ein garten was ist da los die gartenzwerge sind und kohle oben drüber ach so nein du bist die beste aber auch die tot ist nein du hast gerissen was läuft denn hier was für ein spiel besser als jedes jeder film oh froggies oh oh Der Preis ist französisch. Wie lange sie es essen? Du hast dich selbst einen Deal. Okay, da geht's. Oh Gott, das ist schrecklich. Hey, warte, big boy! Meine Brüche tut mir heute. Hey, du gehst den fatten. Hey, ich bin hier! Ich hab' Yoga, wie ich. Bumblefrog. Komm mal, kleine Clayboy! Nichts von dir, nichts von dir. Hey, Wooden Dahl! Over here, hopp on! Danke. Bitte sag mir das, wie sie steuern können. Sorry, äh, Namaste. Ach, Cody ist so klasse. Wie geil! Ja, wie, oh mein Gott. Ist das besser als Spinnen? Okay! Definitiv, also auch nicht, äh, ja. Wird jetzt auch kein Essen, aber... Rabbit, Rabbit. Rabbit. Reved, Herr, da kennen wir uns aus. Diese sind einfach, es müssen wir ja Of, Franzosen, sei oder? Ja, natürlich. Ok, dürfen wir schwimmen können wir nicht! Oh! Dudeio! Ich habe oder? Chainalyn! Ich ba書ke! wie geil der puderfosch rosschenkel das kann ich mir auch nicht erklären wie man so etwas ist kann habe ich tatsächlich noch nie ja auch nicht okay ein bisschen jump and quark die gehen runter und wir wissen ja ich habe ja wir wissen ja bei jump and run da blieb mein herz auf ja ich habe bist bist du nicht ich liebe noch dass du nicht sprinten drückt der doof ok focus focus ja ich will halt alle facetten des spiels aber ich habe gerade gemerkt ich muss hier ja gar nicht sprinten so da bin ich hallo ich habe es geschafft es ist einfach ich kenne roger ist das das wo man über straßen und so ja genau ja kenne ich kenne ich wenn dem militär viel gespielt lustig ist bei mir sehe ich deinen frosch nicht ich sehe meinen forscher nicht mehr da einer ist ja du hast natürlich wieder gecheatet alles klar ja dann frisst es eben das springen nicht das bisschen doof ok und ich verstehe ich noch nicht so gut muss ich hier drauf ok damit da vorne plattform kommt ja ok dann kannst du weiter und nein so ok sehr gut welchen tieren können wir sonst noch reiten in diesem spiel die bälle kann ich mir noch vorstellen taxi stand aha hoppla danke entschuldige ich dachte ich es bleibt dann unten blieb es nicht okay ich kann es aber nicht aufhalten ich kann mir wasser einfüllen passiert nicht wirklich also feuerfrei da kannst du so drauf dann war jetzt bei dem da drüben ja 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 und jetzt bleibt ein bisschen oben wenn du wenn ich auch ich hoffe es ok sehr schön next next ok next ok 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 sehr schön ich wollte die im begrüßungskomitee geben machen wir den auch hin hier ausgepflanzt mein lieber ende gelände ja 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 die ja ja Untertitelung. BR 2018